Häusliche Kranken- und Altenpflege in vertrauensvoller und angenehmer Atmosphäre zum Wohlfühlen. Die Unterstützung und Begleitung von hilfsbedürftigen Menschen im Alltag ist für uns selbstverständlich. Dafür nehmen wir uns mehr Zeit für Sie und somit für die Pflege. So können Sie Ihr Leben selbst besser meistern. Unser qualifiziertes und freundliches Team informiert Sie gerne über die zahlreichen Leistungen und Serviceangebote. Wir sind 24 Stunden täglich für Sie erreichbar. Wer in Lippetal, Insel, Soest und Umgebung auf fremde Hilfe angewiesen ist, der ist beim Börde Pflegeteam in besten Händen.